Die griechischen Götter sind heute, gut zweieinhalbtausend Jahre nach der Hochphase der antiken griechischen Welt, immer noch total angesagt. Fantasy-Romane, Kinofilme, Streaming-Serien verlassen sich auf die Zugkraft der alten Mythen. Ganz zu schweigen von Spielen wie Assassin's Creek Odyssey und God of War oder Mimes mit antiken Gottheiten, die mir in den Feed gespült werden und euch vielleicht auch. Außerdem habe ich hier von 1840 die Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab und die lese ich euch jetzt von vorne bis hinten vor. Also, die Erziehung des Herakles. Ne, Quatsch, natürlich nicht. Das hier ist Mr. Wissen zur Große Geschichte und ich erkläre euch die sieben wichtigsten griechischen Götter, die ihr kennen müsst. Und das Buch gebe ich jetzt meiner Kollegin Dani wieder zurück. Also eines ist klar, es gibt ziemlich viele Götter. Wir mussten für das Video eine Auswahl treffen, denn naja, so ein Video muss auch irgendwann mal zu Ende sein. Aber ihr könnt natürlich eure Lieblingsgöttinnen und Götter, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat und die hier im Video nicht vorkommen, in den Kommentaren abfeiern. Schreibt es gerne unten hin. Jetzt aber los hier in diesem Video und wir starten mit, klar, Zeus, unsere Nummer eins. Und auch die der alten Griechen ist Zeus, allmächtiger Göttervater, blitzeschleudernder Himmelsgott, Hüter der Freiheit und der Gastfreundschaft. Zeus steht allerdings nicht am Anfang. Er selbst ist ein Gott der dritten Generation sozusagen. Sein Großvater ist Uranos, das heißt Himmel. Seine Großmutter ist Gaia, die Erde. Und sein Vater ist Kronos. Dieser Kronos ist ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. Nachdem er sich zum Herrscher der Welt aufgeschwungen hat, wird ihm geweissagt, dass er einmal von seinen Kindern gestürzt und der Herrschaft beraubt werden wird. Das ist nicht die beste Voraussetzung für eine gelungene Eltern-Kind-Bindung, muss man sagen. So verschlingt er die Kinder, die ihm seine Frau Rea zur Welt bringt. Nur einen Sohn, Zeus, kann Rea retten, indem sie dem wilden Vater stattdessen einen Stein zum Verschlucken gibt. Kronos merkt das gar nicht. Als Zeus erwachsen ist, bringt er seinen Vater dazu, die Geschwister zu erbrechen. Es kommt daraufhin zum Kampf zwischen Zeus und seinen Geschwistern auf der einen Seite und Kronos und seinen Geschwistern, den Titanen, auf der anderen Seite. Elf Jahre dauert dieser Krieg, der auch Titanomachin, Kampf der Titanen, genannt wird. Vor allem dank der Waffen des Zeus, Blitz und Donner, werden die Titanen besiegt. Zeus teilt die Herrschaft über die Welt neu auf. Zusammen mit seinen Geschwistern und einigen seiner Kinder herrschen zwölf Götter vom Berg Olymp aus über die Welt. Deshalb heißen sie die Olympischen Götter. Zeus erlebt in den Geschichten allerlei Abenteuer, vor allem Liebesabenteuer. Er verbindet sich mit verschiedenen Göttinnen und auch mit Menschenfrauen. Dabei tritt er gern auch in Verkleidung auf. Als Schwan, als Goldregen, als Kuckuck, als Ameise. Als Stier entführt er die schöne Europa, nach der unser Kontinent benannt ist. Wenn er gerade nicht nach einem Liebesabenteuer sucht, regiert er Himmel und Erde. Und damit kommen wir zu Hera. Zeus hat eine Ehefrau. Und das ist unsere Göttin Nummer zwei. Hera, die gleichzeitig Zeus' Schwester ist. Inzest, müsst ihr wissen, ist bei den griechischen Göttern an der Tagesordnung. Hera ist, so schildern es die Mythen, eifersüchtig und rachsüchtig. Meistens wendet sich ihr Zorn gegen die unehelichen Kinder und gegen die Geliebten ihres Mannes. Und davon gibt es eine ganze Menge. Ihr findet das vielleicht ungerecht, denn schließlich müsse sie ja Zeus bestrafen. Aber der ist eben nun mal der Chef. Einer muss ganz besonders unter Hera leiden. Herakles, der auch ein Sohn von Zeus ist. Als Baby wird er Herakles untergeschoben und als Hera ihn an ihrer Brust säugt, beißt der Kleine zu, sodass Hera ihn wegstößt. Und die Muttermilch, die über den Himmel spritzt, bildet bis heute die Milchstraße. Gut, Hera ist wenig begeistert und sie schickt dem Baby sogar zwei Schlangen in die Wiege. Später verwirrt sie seine Sinne, sodass er im Wahn seine eigenen Kinder tötet. Das ist ganz schön grausam. Da wundert es schon, dass Hera die Göttin der Ehe und der Schwangeren ist. Vor der Geburt bitten Frauen um ihren Beistand. Und nach der Geburt opfern sie ihr einen Monat lang, damit das Kind auch überlebt. Ein Bruder von Hera und auch von Zeus ist Poseidon, unsere Nummer drei. Der mit dem Dreizack. Wie passend. Bitte nicht verwechseln mit Aquaman. Nach dem Sieg über die Titanen übergibt Zeus Poseidon die Herrschaft über die Meere. Der Dreizack erinnert ein bisschen an den Blitz von Zeus. Und wie sein Bruder hat Poseidon auch eine Menge Kinder. Unter anderem den menschenfressenden Zyklopen Polyphem und das geflügelte Pferd Pegasus. Und natürlich ist er der Vater von Percy Jackson. Poseidon wird in ganz Griechenland verehrt. Kein Wunder, denn viele Griechen sind Seefahrer und da braucht man gute Kontakte zum Meeresgott. Außerdem macht Poseidon Erdbeben und Flutwellen. Aber so mächtig ist er auch nicht. Eine Göttin steht über ihm. Und zu der kommen wir gleich. Hier unterbrechen wir jetzt aber erst einmal unsere göttliche Liste und machen einen kleinen Exkurs. Denn die Frage ist ja schon, warum sind diese ganzen zum Teil ja wirklich kuriosen Geschichten überhaupt wichtig? Was haben die Götter für die Menschen damals im antiken Griechenland bedeutet? Ihr habt, denke ich, schon gemerkt, alle Götter haben eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Wirkungsbereich. Vor allem in der Natur. Denn die Menschen der Antike sind der Natur noch viel mehr ausgeliefert, als wir das heute sind. Es gibt Phänomene, die sie sich nicht erklären können. Und deshalb machen sie Götter dafür verantwortlich. Es blitzt, weil Zeus im Kampfe seine Blitzwaffe schleudert. Noch wichtiger ist, dass die Menschen sich gegen Naturkatastrophen absichern wollen. Wir bauen Dämme gegen Hochwasser. Die Griechen beten zu Poseidon, dem Gott der Meere und Flüsse, damit er Überschwemmung verhindert. Die Götter sind vermenschlichte, personifizierte Naturkräfte. Die Menschen wollen also die Götter beeinflussen, damit die ihnen wiederum helfen, das Leben zu bewältigen. Und um die Götter milde zu stimmen, wird nicht nur gebetet. Die Griechen bringen den Göttern auch Opfer dar, meistens in Tempeln. Das sind sozusagen magische Rituale oder Verträge. Ich opfere dir eine Ziege und du hilfst mir dafür beim Abi. Was übrigens wirklich im Abi hilft, ganz ohne Opfer, das sind unsere Geschichtsvideos hier auf dem Kanal, den ihr natürlich gerne abonnieren dürft. Okay, das aber nur mal kurz als Eigenwerbung eingeschoben. Jetzt kommen wir schnell wieder zurück zu den Göttern. Wir haben schon erzählt, dass diese Götter sehr menschlich wirken. Sie sehen aus wie Menschen und sie verhalten sich vor allem so wie Menschen. Sie sind eitel, launisch, rachsüchtig, verlieben sich, streiten sich, trauern, lachen, saufen sind einfach unberechenbar und unvollkommen. Das ist einer der großen Unterschiede zum Gott der Juden, Christen und Muslime, der ja allmächtig und allwissend ist. Das sind die griechischen Götter nicht. Zeus tritt in den Mythen auch nicht als Schöpfer auf, sondern als derjenige, der Ordnung bringt. Der Sieg der Olympia gegen die gewaltigen Titanen, das ist ein Bild dafür, dass der Mensch sich der Erde untertan macht. Zeus ist dazu ein Gott des Himmels und des Wetters. Extrem wichtige Dinge für die damaligen Menschen, die größtenteils Bauern sind. Deshalb ist Zeus auch der wichtigste Gott. So, das war jetzt ein unangekündigter, aber wie ich finde, wichtiger Einschub. Jetzt kommen wir tatsächlich zu unseren Göttern zurück und zu unserer Nummer 4, Athene. Athene ist die Tochter des Zeus und des Metis, eine von Zeus göttlichen und außerehelichen Geliebten. Jetzt wird Zeus geweißt, dass die Kinder, die Metis zur Welt bringt, ihn vom Thron stürzen könnten. Zeus macht es wie sein eigener Vater, geht aber einen Schritt weiter. Er verschlingt nicht die Kinder, sondern direkt die Mutter Metis, noch bevor die Kinder zur Welt kommen. Aber dann bekommt Zeus Kopfschmerzen, die so stark sind, dass er dem Gott Hephaistos befiehlt, ihm mit einer Axt den Schädel zu spalten. Als Gott kann man sowas schon mal aushalten. Und aus dem gespaltenen Schädel hüpft die Göttin Athene hervor. Sie hat eine Rüstung an. Und daran merkt ihr, Athene ist die Göttin des Krieges. Aber auch die Göttin des Friedens. Sie beschützt die Handwerker und die Künstler. Als Göttin der Weisheit und der Vernunft ist die Eule das ihr gewidmete Tier. Also Athene kann man fast immer anbeten. Da macht man überhaupt nichts verkehrt. Und natürlich ist Athene die Schutzgöttin Athens, der heutigen griechischen Hauptstadt. Und das kommt so. Die Athener veranstalten einen Wettbewerb, welcher Gott Schirmherr oder Schirmherrin der Stadt werden soll. Poseidon lässt eine Salzwasserquelle sprudeln. Athene dagegen pflanzt einen Baum, einen Ölbaum. Und damit gewinnt sie, denn ihr Geschenk ist nützlicher. Die Athener prägen die Eule der Athene auf ihren Münzen. Und daher kommt der Spruch, Eule nach Athen tragen, was so viel bedeuten soll wie, da haben die so viele Eulen auf den Münzen, dass es total überflüssig ist. Es gibt da auch noch andere Theorien. Wir kommen zu unserer Nummer 5, Ares. Im epischen Trojanischen Krieg, in dem die Griechen gegen die Trojaner kämpfen, mischen auch alle olympischen Götter mit. Und zwar auf verschiedenen Seiten. Einer, der die Trojaner unterstützt, ist Ares, der Gott der Schlacht. Er verkörpert die negativen und grausamen Begleiterscheinungen von Krieg und Kampf. Die Griechen verehren ihn seltener als die anderen Götter in Tempeln und opfern ihm nicht so viele Tiere. Aber jede Schlacht gilt sozusagen als ein Opferfest für Ares. Ziemlich grausame Ansicht. Im Film Wonder Woman soll Ares sogar für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich sein. Okay, wirklich mit Ares verbunden ist ein großer Felsen in Athen, auf dem im 6. Jahrhundert vor Christus der oberste Rat des Stadtstaates tagt. Der Gott Ares musste sich einmal einem Gerichtsverfahren der Götter stellen und wird am Ende freigesprochen. Der Felsen, an dem die alten Athener Gericht halten, heißt Areopak, der Felsen des Ares. Und heute nennt man das oberste Gericht Griechenlands auch Areopak. Dionysos, unsere Nummer 6, ist, Überraschung, ein Sohn des Zeus. Und der Name meines Lieblingsgriechen, aber das ist ein anderes Thema. Seine Mutter ist eine Sterbliche. Als Hera das Techtel-Mächtel der beiden Spitzkrieg legt, legt sie die arme Frau rein. Sie verkleidet sich und sagt ihr, sie solle Zeus bitten, sich ihr in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Zeus offenbart sich und das göttliche Feuer seiner Herrlichkeit verbrennt die Sterbliche. Aber das ungeborene Kind näht sich Zeus in den Schenkel ein, wo es heranwächst und nach ein paar Monaten als Gott geboren wird. Dionysos ist der Gott des Weines und der Ekstase. Hört sich nach reiner Party an, aber es geht um mehr. Heutzutage können wir ja oft feiern. Das ist in früheren Jahrhunderten nicht der Fall. Da sind Partys etwas Besonderes und sie erfüllen religiöse oder gesellschaftliche Funktionen. Und aus diesen Kultfeiern, aus der Musik und den Riten, aus den Umzügen entsteht nach und nach die griechische Tragödie. Die Schauspielkunst. Letztlich kann man auch das Kino darauf zurückführen. Und last but not least unsere Nummer 7. Hades, Herrscher über die Unterwelt, in die die Seelen der Verstorbenen gelangen. Tatsächlich bezeichnet der Name Hades ursprünglich die Unterwelt selbst. Und der Gott übernimmt sozusagen den Namen von seinem Herrschaftsbereich. Hades ist wie Poseidon ein Bruder des Zeus. Nach dem Sieg über die Zitanen losen die drei Brüder aus, wer wo herrschen soll. Zeus bekommt die Erde und den Himmel, Poseidon das Meer und Hades eben die Unterwelt. Alle Toten kommen in diese Unterwelt. Winzige Ausnahme, diejenigen, die die Götter für würdig befinden, auf dem Olymp zu leben, wie das bei Heraklas der Fall ist. Die Seelen müssen den Fluss Styx überqueren. Auf dem Kahn des Fährmanns Charon, der eine Geldmünze, den Obolus, als Bezahlung verlangt. Damit niemand unbefugt in die Unterwelt hinein oder aus ihr herauskommt, hat Hades einen furchterregenden, dreiköpfigen Hund. Bei Harry Potter heißt der Hund Fluffy. Der echte Höllenhund heißt Kerberos. Hades darf man nicht mit dem Teufel verwechseln. Er ist keine Personifikation des Bösen, sondern ein Gott, der eine besondere Aufgabe hat. Aber natürlich macht es eher grießgrämig, wenn man dauernd in der Unterwelt rumhockt. Und natürlich will keine Göttin seine Frau werden. Deshalb entführt Hades die Persifone, um sie zur Königin der Unterwelt zu machen. Persifones Mutter, Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Getreides, ist so traurig über diese Entführung, dass sie das Getreide nicht mehr wachsen lässt. Die Menschen drohen zu verhungern. Zeus reagiert, er greift ein und bestimmt, dass Persifone ein halbes Jahr unterirdisch wohnen muss und ein halbes Jahr oberirdisch. Persifone selbst hat in der Sache leider wenig zu sagen. So sorgt Hades am Ende dafür, dass es die Jahreszeiten bzw. Wachstumsperioden gibt. Denn immer, wenn Persifone in der Oberwelt ist, dann lässt ihre Mutter die Erde wieder erblühen. So, das waren sie. Unsere sieben griechischen Göttinnen und Götter, die man kennen sollte. Wirklich eine knappe Auswahl. Aber jetzt seid ihr dran. Welche wichtigen Götter haben wir denn vergessen oder hier rauslassen müssen? Oder welche besonders schönen oder schaurigen Geschichten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare und geht dabei ruhig hart ins Gericht mit uns. Wer weiß, wenn genug zusammenkommt, dann machen wir vielleicht noch ein zweites Video zu dem Thema und über die Geschichte des antiken Griechenlands. Da haben wir schon was. Da verlinken wir hier ein Video. Und direkt darunter findet ihr ein Video von Terra X zum trojanischen Pferd. Auch da gerne mal reinschauen. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. Vielen Dank.